Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Landsleute und verehrte Gäste, ich berichte hier als Vorsitzender des Finanzausschusses. Vor Ihnen liegt auf Drucksache 19-7-4291 die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Besoldungsanpassung. Darin enthalten ist mein ausführlicher schriftlicher Bericht über die entsprechenden Beratungen im Ausschuss. Erstmals wurde der Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung federführend durch die Staatskanzlei erarbeitet. Hierfür war in der Vergangenheit das Finanzministerium zuständig. Der Finanzausschuss hat zu diesem Gesetzentwurf auf Anregung der Obleute eine schriftliche Anhörung durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des gesamten Finanzausschusses bei allen Anzuhörenden für ihre schriftlichen Stellungnahmen herzlich bedanken. Alle Anzuhörenden haben den Gesetzentwurf insgesamt ausdrücklich begrüßt. Allerdings haben auch zwei Anzuhörende kritisiert, dass die Landesregierung den Gesetzentwurf erst im September zur ersten Lesung in den Landtag eingebracht hatte. Insofern wurde darauf hingewiesen, dass bereits seit 2017 eine Verständigung zwischen dem damaligen Finanzminister und den Gewerkschaften besteht, wonach das Tarifergebnis 2019 zeit- und wirkungsgleich übernommen werden sollte. Insofern hätte der Gesetzentwurf auch deutlich früher in den Landtag eingebracht werden können. Zudem haben verschiedene Anzuhörende darauf hingewiesen, dass der Vorwegabzug von 0,2 Prozent der Besoldungserhöhung zum Aufbau der Versorgungsrücklage bei künftigen Besoldungsanpassungen entfallen sollte, da dieser in der Folge eine dauerhafte Absenkung der Besoldung und Versorgung darstelle. Des Weiteren wurde seitens der Anzuhörenden angeregt, die Besoldungsgruppen A2 und A3 in der Besoldungsordnung zu streichen. Im Ergebnis der Beratungen haben die Koalitionsfraktionen die aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Änderungen beantragt. Mit der Änderung in Artikel 6 des Gesetzentwurfes sollen die Besoldungsgruppen A2 und A3 aufgehoben werden. Ferner sollen die Beamtinnen und Beamten, die am 31.12.2019 in der Besoldungsgruppe A2 und A3 eingruppiert sind, Kraftgesetzes in die Besoldungsgruppe A4 übergeleitet werden. Diesen Änderungsantrag hat der Finanzausschuss mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und Die Linke bei Enthaltung seitens der Fraktion der AfD einvernehmlich angenommen. Die Fraktion Die Linke hat beantragt, dem Landtag die Annahme, eine Entschließung zu empfehlen. Danach sollte der Landtag zunächst feststellen, dass wir uns auch zukünftig mit anderen Bundesländern in einem stärkeren Wettbewerb um Fachkräfte befinden werden. Um die Attraktivität der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern als Arbeitgeber zu erhöhen, sollten ferner bei künftigen Besoldungsanpassungen auch alle Stellen und erschwerende Zulagen mit angepasst werden. Zudem sollte der noch bestehende 0,2-prozentige Abzug für die Versorgung künftig entfallen. Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung der Fraktion Die Linke gegen Stimmen der Koalitionsfraktionen und Enthaltung seitens der Fraktion der AfD mehrheitlich abgelehnt. Zudem hat der Finanzausschuss der Beschlussempfehlung insgesamt mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und Die Linke bei Enthaltung seitens der Fraktion der AfD einvernehmlich zugestimmt. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie nunmehr abschließend um Ihr Votum zur vorliegenden Beschlussempfehlung bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.